Öffnen Sie den Google Play Store. Suchen Sie dort nach Wirtik. Wählen Sie die App Wirtik Mobile Zeiterfassung. Achtung! Wirtik hat auch weitere Apps im Play Store. Achten Sie darauf, die richtige zu wählen. Installieren Sie die App und bestätigen Sie die Zugriffsrechte. Die App wird nun heruntergeladen. Öffnen Sie die App. Klicken Sie auf Anmelden und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Unternehmen erhalten haben. Klicken Sie auf Anmelden. Sie sind nun angemeldet und können Ihre Arbeitszeiten mit Ihrem Smartphone erfassen. Und dasvolglich ist eine großettliche Aus defendant! Sie sind nun auf Anbeld torquest. Einרים Mehmetез auf Anmelden! Ihr braucht erst eine digitale Ausführung.